Huch, was ist denn da gerade mit rausgedroppt? Eh, wer kamen will. Was ist das? Ach, Resin, was ist das denn? Hat gerade so geil gepasst zu dem Feed da unten. So, pass auf. Humptypumpty. Hey, mit dem Lox. Eh, toll. Kommst du mit seinen Stummel wieder nicht ran? Ja. Ups. Hier ist aber auch schön, ne? Ich weiß, die Gegenden hier in Life in the Woods sind einfach so toll aus. Das ist natürlich nur die Frage. Achso. Wo kriegen wir Weizen her? Wie war das eigentlich nochmal mit Weizen? Wo hat man das nochmal hergekriegt? War das in diesen Bücheln hier drin? Warte mal. Ich habe Minecraft schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß das gar nicht mehr. Wächst am besten in Forests und Plains. Überwuchert ein Neterstein. Okay. Redburger. Boah, je, eine gekochte Ratze? Was ist mit euch denn los? Was ist mit euch denn los? Weizen. Ich meine aber... Was ist das? Klee. 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 Kennt ihr den? Das war der... Hauptcharakter in Minecraft. Ach. Äh. Minecraft. Was? In Mafia natürlich. Aber hat man nicht immer Weizensetzlinge hier rausgekriegt? Ist aber irgendwie nicht mehr, ne? Ne. Hm. Vielleicht sollten wir... Ne. Da droppt überhaupt nichts. Na? Karl Herbst... Was? Herbstaster. Steppe. Okay. 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 Ist schon irgendwie geil. Rein sexuell gesehen macht mich das echt hart ab. Yeah. Genitalien. Okay. Pass auf. Ähm. Aber was ist das hier? Ist das hier Weizen? Feritrespe. What the fuck? Boah wie das ist aufgenommen? Hier. Dann haben wir schon welche von. Gelber Farbstoff. Ah ja. Okay. Okay. Ein Schwein. Ein fettes Schwein. Hä? Was ist mit Dupi? Nein. Auch ich habe, wie es manch einer vielleicht bemerkt hat, Gefühle. Auch ich fühle. Das sieht scheiße aus. Oh ja. Oder? Doch. Ne, ich glaube das sieht scheiße aus. Aber wo fliegen denn die ganzen... Wo fliegen die denn überall hin? Da ist eins. Da ist eins. Da. Und warte. Jetzt muss ich hier außen rumlaufen. Ne, muss ich gar nicht. Warte. Haha. Ja. Wie sehen denn die Bretter aus, wenn man sie so äh... Fichtelholzbretter. Ah, ich glaube das geht schon eher. Ach ja. Ups. Shut up, Meg. Ah, hier kommen wir jetzt mal nicht raus. Warte. Dann müssen wir hier noch. Ihhh. 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 Alright. Hä? Ah. So. Ach, da liegt auch noch eins. Guck mal. So, dann gehen wir jetzt hier einfach einmal drum rum. Voila. Hä? Was ist jetzt los? Warum wechselt ihr denn einfach die Holzfarbe? Ist das dein Ernst? Ist das in Ordnung? Also, ich fand das jetzt nicht gut. So. 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 Ja, warte. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Äh. Natürlich nicht. Ich glaube, ich möchte das Dach doch noch eins verlängern. Weil das sieht sonst echt scheiße aus, oder? Wobei, es ist halt auch nur ein Scheunendach, ne? Das soll ja kein... Hä? Was ist denn jetzt los? Das soll ja hier kein... Megakrasses Superdach werden, sondern es ist und bleibt nur ein Scheunendach. So. Nö. Nö. Wenn ihr es hier versteht, was ich meine. Oh. Da ist wieder was schief gelaufen. So. Alright. Was ich geil finde, theoretisch gesehen, kann man jetzt hier unten dran auch noch irgendwas setzen. Das finde ich voll geil. Was mache ich denn jetzt? Jetzt macht doch wieder alles Computer, Junge. So. Das finde ich voll... Voll schön. Und von hier sieht es immer aus, als wäre es falsch. Aber es ist nicht falsch. Nee. Das ist halt, weil das so täuscht von der... Von der... Äh. Von der Sicht her. Habe ich die Dinger eingesammelt? Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir untenrum den Rest? Machen wir den in dieser Farbe? Der ganze Pillow? Ja doch. Warte mal. Ich glaube, das geht sogar. Da kann man jetzt nicht überlegen, ob er das später dann noch einfach in Stroh macht. Weißt du? Ups. Äh. So. Ding, 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 ding. Du, ding, du, ding, du. Penis. Nee. Da, 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 nee. Der, ich kommst jetzt nicht blinge. Der, ich kommst jetzt nicht blinge. Hä, was ist denn jetzt? Warum wechselt der denn immer automatisch dieses Ding? Das Ding. Oh, wir haben keine mehr. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir hier irgendwo einen Baum auf die Schnitte? Nee. Okay. Doch, da. Ha, den nehmen wir. Du wirst jetzt sterben. Ah, Bäume töten. Geil. Bäume waren mir schon immer ein Dorn im Auge. Okay. Äh, Eichelholz, genau. Und dann... Weile Müll. Da, 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 da. So. Und schon ist die Scheune zumindest so halbwegs fertig. Kann man hier eigentlich auch Lampen dranhängen jetzt? Weile Müll. Da. Kann man da... Nee, das geht nicht. Aber macht auch nichts, muss ja nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Na ja, gut. Okay. Die können wir auch mal wegmachen. Hier jetzt. So. Jetzt gehen wir mal pennen und dann können wir uns ja morgen mal gucken, ob wir uns vielleicht einfach ein paar Schweine mal holen. Ah, es geht aber, ne? Wobei mir das mit den... Dingens da noch nicht so wirklich gefällt. Haben wir noch Zäune? Hm. Weil irgendwie... Gefällt mir nicht, dass das da so übersteht, weißt du? Ich glaube, wenn wir das eins weitersetzen... Dann sieht es, glaube ich, nicht mehr so toll aus. So dann quasi. Ja, wobei, doch, doch. Doch, das geht. Das geht, das geht. Man könnte es natürlich auch so jetzt machen. Ja. Könnte man machen, ne? Geht. Wobei, ich glaube, eins reicht, oder? Nee, nee, passt. Das ist okay. Nö, das ist okay. Finde ich gut. Wir gehen pennen. Immerhin haben wir mal ein bisschen was geschafft. Wahnsinn. Mach ich mal weiter. Ist doch nicht schlecht. Also, das ist ganz cool, ne? Ist, glaube ich, von... Ist das von Aetna bricht aus? Gewesen? Doch. Ich meine, ja. Ich meine, schon. Krieg's gut. Du hattest Kaksau. So. Alright. Finished here. Unsere Tomaten sind fertig. Nice. Müssen wir gleich mal switchen. Jetzt... Warte mal, das stimmt doch was nicht. Ich sag doch, das stimmt was nicht. Der Block hier ist falsch. Ich sag ja doch die ganze Zeit. Da hat doch... Ich bin doch nicht. Ich wusste doch, dass... Ich bin doch nicht. Ich weiß das doch. Ich bin doch nicht Palle. Also, ich bin schon Palle, ne? Aber... Ganz so schlimm ist es noch nicht. Jetzt ist es richtig. So, wo ist das Holz hingefallen? Da. Ne. Hä? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht aufgehoben gehabt, weil wir keinen Platz mehr haben. Müssen wir... Ach da, da. Okay. Okay. Jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's. Mein Jot. Dominator. Was... Was gehört eigentlich zu deinem Aufgabengebiet? Hm? Was kannst du überhaupt? Du Noob. So. Oh. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was wir da hinmachen, damit die was zu saufen haben. Weißt du? Wir bräuchten natürlich auch ein bisschen Stroh. Pass mal auf. Wir gehen mal kurz aussortieren. Warte. 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 Überhaupt nicht nervig zum Glück. Ach guck mal hier. Er macht wieder Frühstück. Ähm. Moment. Äh. 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 Nein. 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 Ja. Ich pack mal alles, was mit Bauen zu tun hat, gerade hier rein. Dat, 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 dat. Dat, 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 dat. Da haben wir noch eine Kiste. Brauchst du die? Hier kannst du den Arm schenke ich dir. Kies. Dann pack mal unser ganzes Grünzeug hier wieder rein. Da, dat, dat. Dann haben wir hier noch Roaststoffe, ey. Eisen und... Was denn? Das ist was zu essen, oder? Da haben wir noch eine blaue Hortensie. Hortensie. Das machen wir mal so. So. Lass mal Werkzeuge machen, Alter. Ist das alles, was wir in Eisen haben? Ey, wir müssen dringend... Wir müssen dringend mal losziehen. Ich glaub, das machen wir jetzt auch gleich mal. Wir machen uns noch eine Spitzhacke. Und mal eine Schippe. So. Warum war da grad mein Windows-Loading-Dingens? Hat das irgendeinen Grund gehabt gerade? Hoffentlich. Jo. Boots. Oder haben wir die Sachen hier irgendwo anders drin gehabt? Nö. Ach, hier hätt ich die Sachen noch reingepackt. Naja, ist egal. Warte. Warte. Ein paar Fäcklscher brauchen wir noch. Cheeseburger, den wir auch mal mit. Weil wir werden ein bisschen unterwegs sein. Da bin ich doch von überzeugt. Haben wir denn... Kult. Kann man hier irgendwo... Da haben wir noch Kult. Ja. Einzelne Inventar und die anderen einfach wegschmeißen. So läuft das doch hier mittlerweile. Und ihr wisst es. So. Ähm. Achja. Ja. Pferdchen. Ich bin gleich weg. Ne? Dass du mir keine Scheiße machst. Wir nehmen aber noch ein paar Karotten mit. Weil wir suchen uns erstmal schnell ein paar Tiere. Bevor wir gleich auf Reisen gehen. Wo sind die jetzt? Da sind die Stöcke. Und da sind die Fackeln. Und da sind die... So. Ah, komm. So. Alright. Aber wir können uns ja auch was in unseren Rucksack packen. Das heißt wir könnten ja theoretisch gesehen noch genug Essen mitnehmen. Alter. Ist das dein Ernst? Wir haben voll noch Aufmerksamkeit geert. Kriegst du aber hier... Chili-Pulver kriegst du gleich mal von mir mein Freund. Voll mies. Ihr frisst Chili-Pulver. Okay. Warte. Achja. So war das. Genau. Und dann rechte Maustaste. Und dann packen wir hier mal das Futter rein. Ja. Die auch. Die Ersatzfackeln packen wir da auch mal rein. Die Ersatzspitzhacke packen wir da mal rein. Bisschen Stock. Bisschen Kohle. Vielleicht nehmen wir noch einen Ofen. Wo waren das? Warte mal. Wer hat mit mir... Einen vollkommenen Überschuss an Dingen. Da. Und noch einen Ofen. Jo. Da hast du noch ein paar Ofen, Gott der Willen. Es gibt doch diese... Regale. Und zwar, die haben alle. Tannholz-Werkzeug-Regal. Wisst ihr, diese Spender-Regale. Wie heißen die denn? Wein-Regal. Buch-Regal. Die hat der Erik auch. Also der Gronkh. Ist das ein Werkzeug-Regal? Weißt du, wo man einfach nur drauf drückt und dann werden die Sachen so rausgeploppt quasi. Das sind die Bücher-Regale. Sind das die? Nee, Bücher-Regal. Werkzeug-Regal. Auch ein Werkzeug-Regal. Bücher-Regal. Weißen die vielleicht Frame oder sowas? Frame. Das. Hält acht Stapel pro Schubfahrt. Ja, genau. Vier Stapel, acht Stapel. Gibt es noch größer? Sechzehn Stapel. Zweiunddreißig Stapel. Was braucht man dafür denn? Eine Kiste? Ist das das, was ich jetzt meine? Was ich denke, was es ist? Haben wir hier eine Kiste? Klar, wir hatten doch hier welche. So. Ach guck mal, wir haben noch Stöcke. Das ist ja super. So. Sind das die, die ich meine? Nee, das sind die glaube ich nicht. Oder? Aha, das habe ich jetzt gemacht. Das sind die aber nicht, die ich meine. Nee. Das waren eindeutig die falschen. Ich glaube, warte mal, weißt du was wir kurz machen jetzt gleich? Ich leg das mal hier rein. Die Stöcker kann man aber eigentlich... Machen wir das Deckchen hier voll und dann... So. Fertig. Sehr gut. Machen wir mal kurz voll. So. Und der Rest nehmen wir mit. Juhu. Lass uns mal ganz kurz... äh... Warte. Guck mal mit. I need you. Äh... Ach ja. Da war ja was. Kann der da hoch springen? Ne, kann er nicht. Warte mal, oder? Kann er, wenn ich hier... Jo. Alter. Was für ein edles Ross. Scheiße. Okay, wir müssen... Ein bisschen... Ein bisschen aufpassen, wo wir hin reiten. Ach so, ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf jetzt. Weil wir ja hinter dem Erik sind. Ne, dann machen wir das lieber nicht. Jetzt bin ich hier extra schon rausgesprungen. Na toll. Ich wollte mal... Ich mach das vielleicht offscreen einfach mal. Ich kümmel mal beim Erik, guck wie diese Frames heißen. Oder vielleicht wisst ihr das ja auch. Weißt du, wo man so viererweise die Sachen rein tun konnte? Ich spring mal grad wieder ans Häuschen zurück. Es ist so ein edles Ross. Ah. Tschööö. Ich geh mal gucken, ob wir Tiere finden. Was kann man denn... Oder was brauchen wir nochmal, um welches Tier... zu locken? Das weiß ich gar nicht mehr. Kartoffeln brauchen wir eigentlich für kein Tier, oder? Weizen brauchen wir. Das heißt, wir müssen uns mal auf die Suche nach einem Dorf begeben. Ist das Kingdom Hearts? Ja, das ist Kingdom Hearts, Alter. Boah, wie nice. Dumm, 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 dumm. Da kommt jetzt auch bald Neues raus. Irgendwas mit Kingdom Hearts 2,4 oder so. Das ist aber glaube ich... Ist das von diesem PSP-Spiel nicht sogar oder so? Ich meine ja... Hey, guck mal da sind Schweinchen! Schweinepeter! Schweinepeter Arschloch Drecksack! Komm mit mir mit! Komm mit Topi! Komm mit Topi! Komm mit Topi! Komm mit mir! Wo ist die Karot? Komm mit, ich zeige dir die Karot! Komm mit, ich zeige dir die Karot! Komm mit, ich zeige dir die Karot! Es ist aber... Es ist schwierig, dass ich das wieder fit habe, aber es ist böse, aber über Steuern gewesen. Nein, das ist noch ein Schwein! Ja! Komm mit mir! Komm mit mir! Sehr gut! Jetzt gehörst du mir! So, da holen wir uns noch den nächsten Topi! Scheiße, wenn man sich selbst damit auf den Arm nimmt, ne? Dann ist das nämlich für einen selber gar nicht mehr so lustig plötzlich! So, komm mit! Exhibit! Ja! Hört sich genauso an wie ein Topi! Wir müssen... Wir müssen mal gucken, wo wir Weizen finden. Ich glaube, weißt du, was wir gleich mal machen? Da könnten wir... Da kommen wir doch eigentlich hin ohne Probleme. Zu dem Dorf... Beim Erik hinten... Ja, die Schweine sind zusammen! Und jetzt macht Liebe! Liebt euch! Und jetzt mit der Axt durch den Kopf! Nein! Pass auf, wir gehen mal schlafen! Und dann... gingen wir schlafen! Wir schenkten diesen Schweinen einen neuen Platz zum Leben! Und jetzt... gehen wir pennen! So! So! Solange wir noch keine Laternen haben... Müssen wir uns einfach mal so zu helfen wissen! Das ist auch wahrscheinlich jetzt nicht symmetrisch! Ich weiß, aber so ein bisschen Licht einfach nur für die armen Herrschaften da unten! So! Und morgen bauen wir die Schlachtmaschine! Hohoho! Nein! Vielleicht! Mal gucken! Mal sehen! Ich weiß noch nicht! Gute Nacht! Hey! Nein! Ich bin nicht aufs Pferd! Alter, dieser Kopf, ne? Vor allem das Unheimliche ist, dass das Ding immer so am Rumpflackern ist! Ne? Das ist immer ein bisschen... Achseflüssig! So! Pfff! Komm mit mir! Wir müssen jetzt doch nochmal los! Höh! Und zwar, wenn wir jetzt... Pass mal auf! Wenn wir jetzt theoretisch gesehen... Sagen wir mal, wir würden jetzt hier so... Querfeld ein in diese Richtung... Wenn ihr gleich ein Schwarzbild seht, ne? Dann seht ihr... Habt ihr Dinge gesehen? Oder hättet ihr Dinge gesehen, die ihr noch nicht hättet sehen dürfen? Oder... Oh! I found an egg! Okay... Also... Nein! Oh! 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 Diese scheiß Lava! Ich wusste, dass sie mir irgendwann zum Verhängnis werden wird! Ähm... Ich glaube in diese Richtung müssen wir... Boah, ist das schön hier! Eine Ente! Ist das da hinten? Nein! Boah, ich habe Angst, dass hier wieder irgendwo so ein Lavasee ist! Wie gesagt... Es könnte sein, dass wir hier Dinge sehen, die wir noch nicht sehen dürfen! Deshalb... Falls dem so ist... Werde ich das Ganze auf jeden Fall ausschwärzen! Was haben wir denn hier? Ach, was ist Shehoi's hier! Ah, hier kommen wir so langsam in das Gebiet, wo wir hinwollen glaube ich! Genau, genau, genau! Ich zeig da jetzt aber nichts! Ich laufe jetzt einfach in diese Richtung hier weiter! Weil ich möchte eigentlich... Ich möchte eigentlich einfach nur husten! Ne Quatsch! Ich möchte eigentlich einfach nur in das Gebiet! Da ist Wasser! Hallo, hallo! Ist das das... Ah, hier will ich hin! Genau, genau, genau! This is where I want to go! Jetzt hoffe ich mal, dass das gute Pferd schön da bleibt, wo es ist! Und nicht einfach abhaut! So! Ist was? Hm? Ist was? Was ist das denn? Hey! Oh mein Gott! This is a maggot! Eine Made! Die lebt hier wie die Made im Speck, wa? Das Ding ist, ich dachte, hier gibt's vielleicht doch Weizen! Hier gibt's aber gar keinen Weizen! Ach nee, warte mal! Sojabohnen brauchen wir gar nicht! Da haben wir noch genug von! Knoblauchpflanze? Ne, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt! Habt ihr hier keinen... Da haben wir hier keinen Dingens, Jungs? Ha! Das ist aber blut! Ich dachte, die hätten hier Weizen! Das nehmen wir mit! Ja! Auch uns! Aber Weizen ist hier leider nicht vorhanden! Was ich ziemlich schade finde! Haben die sonst noch hier irgendwas? Oh! Robus... Okay! Robus Hühnchen also! Aha! Wie kommt das denn dahin? Ich dachte, hier sind alle Veganer! Wie kommt denn dann... Wie kommt denn dann das rohe Hühnchen dahin? Hat diese Sekte hier mir etwas zu verheimlichen? Hm? Einfach so... Einfach so ein rohes Hühnchen! Aschehaufen! Nicht mal wie gekocht, weißt du? Nee! Einfach roh dahingeschmissen! Geschlachtet und dann da reingeschmissen! Das ist doch wohl nicht wahr! Was für ein dreckiges Scheißdorf! Ihr seid widerlich! Ihr widert mich an hier! Ihr widert mich an! Naja! Brauchst die gar nicht wegdrehen! Ahja! Hier ist ja noch nix! Ich suche keine blaue Farbe! Nein, nein! Ich guck mich nur hier oben! Sind aber so sicher eigentlich schon ganz schöne Häuser, ne? Ich würd die gerne alle in die Luft sprengen! Einfach weil sie Fleisch... ...gegessen haben! Ach, Mann! Scheiße! Ich dachte vielleicht, aber ne! Okay, wo ist denn der Ferdinator hier da hinten? Guck mal! Achso, ich guck nach unten, weil ich nicht weiß, ob da hinten irgendwas passiert ist, was ich nicht zeigen darf! So! Ich sag doch mal die Hühner, ne? Wobei, das ist kein Huhn, das ist ein Pferd! Aber trotzdem, wir gehen! Wo ist aber denn hier? Krass! Ne, ich möchte... Was? Gepunktete Prachtscharte! Aber hier vielleicht? Was ist das denn? Das ist wieder das Zeug, das ist ja wieder Flachs! Das bringt ja nix! Was ist das denn? Ah, du! Ich wüsste ja zugehen, wo die Pan wohnen, ne? Ich glaube, wir werden irgendwann mal auf die Suche nach Pan gehen! Ja! Das werden wir irgendwann machen! Aber jetzt gehen wir erstmal wieder nach Hause! Schön Vorsicht vor der Lava! Achja, das ist das Weihnachtsbäumchen, genau! Ich weiß nicht, wo die scheiß Lava hier war, ich hab keine Ahnung! Vorsicht, dann sieht man wieder nix! Ne! Hier ist nix! Ahahaha! Lauf ich hier gerade richtig? Ich bin mir da gerade nämlich nicht mehr so sicher! Gut, jetzt im Moment ist es noch nicht so schlimm! Aber wir können ja einfach... Alter! Wir können ja einfach zurück reiten! Das ist jetzt nicht das Thema, aber... Hier kann man drüber reiten, ne? Bin ich jetzt schon wieder verlaufen, oder was? Kann doch wohl nie wahr sein! Ich muss mich auf der Map nochmal ein bisschen zurechtfinden hier! Das geht ja gar nicht! Aber es gab doch auch so einen Huch, so einen Atlas, ne? Warte mal! Atlas! Ah, hier, guck mal! Atlasplatte! Atlas! Atlas! Was braucht man da denn? Was hat denn Atlas? Atlas! Papier! Leere Karte! Ein Schlitzbuch! Hä? Und ein Stechzirkel! Okay! Achso, wo kriegt man das alles her? Keine Ahnung! Das wäre es Kena, wa? Okay! Ach, hier ist wieder das Häuschen! Okay, warte mal! So weit können wir ja nicht weg sein! Von Doram! Wahrscheinlich müssen wir diese Richtung machen! Ah, das ist Wasser! Alles gut! Das ist der Wald, den wir von Weitem immer sehen, oder? Oder, oder, oder? Ach, hier sind wir jetzt wieder! Hä? Willst du mich verarschen, oder was? Oh mein, da ist der Weihnachtsbaum! So weit können wir doch dann gar nicht weg sein! Ach, ich lasse ich das mal kurz aufbauen! Ah, da hinten! Das heißt, wir müssen doch tatsächlich in diese Richtung hier, oder? Oder, oder, oder? Da sind die Bambushäuschen, und dann müssen wir dahinter lang einfach! Okay! Ich zeig nicht, was da passiert, weil ihr wisst ja auch so! Aber wir sehen von unserem Heimele aus auch immer hier diese Bambusdinger! Genau, genau, wir sind auf dem richtigen Weg! Was ist das? Meißel? Was denn? Hä, was war denn jetzt los? Ach, Tourette! Okay! Alles gut! Oh! Habt ihr schon wieder Hunger? Ne, habt ihr nicht! Ihr könnt gar nicht! So oft wie ihr wollt, geht gar nicht! Kann das Pferd eigentlich hier drüber springen, oder? Was braucht so ein Pferd eigentlich zu essen? Ich weiß es nicht! Hm! Okay! Für das Pferd suchen wir uns mal noch ein extra Plätzchen! Bei Gelegenheit! Wo genau weiß ich noch nicht! Müssen wir mal gucken! So! Ich würde sagen in der nächsten Session, ich sortiere nochmal kurz aus! Weizen haben wir jetzt natürlich immer noch nicht gefunden, ne? Aber egal! Ich sortiere hier nochmal kurz aus, beziehungsweise ein! Ach, das Ei! Warte mal! Jetzt wollte ich hier mal kurz da unten rein splättern! Einfach nur in der Hoffnung! Ne! Schade! Okay! Einfach nur in der Hoffnung, dass vielleicht ein Hühnchen spawnt, aber nein! Joa! Dann würde ich sagen! Machen wir weiter! In der nächsten Folge! Let's play Minecraft live in the woods! Beziehungsweise live in the woods, nicht Minecraft! Und dann machen wir ein Höhlentürchen! Türchen? Türchen! Türchen! Ein... Ein hohlen... Höhlentürchen! Ach, keine Ahnung! Gehen in die Höhle! Gucken nach Lapisazudi und Diamanten und Eisen und so weiter und so fort! Ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge! Haut rein! Und dann auch mit Facecam übrigens, ne? Endlich wieder! Bis dahin! Tschüss!